Leite 6 zu 6 so ein Team jawohl als kann ja nur Panzern kaufen passt wie leid bei uns hat der Hosen oben oben ohne sie ganz hinten ist jetzt bei dir auch ganz vorne oder genau ja bei mir ganz vorne das glaube ich ob dir das ist das letzte mal gesagt oder da habe ich sechs leute getötet und glaube ich nicht gesagt oder da hast du mal gespannt ob ich da jetzt auch wieder so was ist so oder da kämpfen wir fast auch noch was sie ja noch an der konnten oder selbstmord ja Prozent Willis und ich wollen ja da genau es Gart sehr schön drauf sehr schön oder sind zu viel draufgekommen Scheibenkleister Loll Loll, ich hab keine Raketen jetzt ist da mal wachsam Oh, Herz jetzt auf Oh, Selbstmord Gott, oh, das ist dumm Ich würde jetzt eigentlich einfach aufs andere Auto schießen Loll, okay Ist das auch mal da gewesen Alter, der schaut auch geil aus mit seiner Maske Das hat auch was, ja Perspektive wechseln da Mal schauen, ob er das schafft Alter, erst mal erwischt Nice Ganz hinten weg gesnipert Wenn er Oh, wenn er geklaut Oh, Fehler Nein, weg Ja Dammit Loll, der liegt unten Oh, jetzt ist sie wieder Oma Und Nice Selbstmord Selbstmord Ja, da hast du keine Chance Ja Warte zu nahe Ja Man, wir haben jetzt so fünf oder so Selbstmord gehabt, oder? Ja Eieieieiei Ja, weiter, weiter, weiter Ja, jetzt reifen wir ein bisschen Ja, schau mal Erst mal umschöne auf FG-Pizza und dann Hau morgen die Geschäfte laufen, schon, oder? Das habe ich mich vorher schon gefragt Ähm Ey, mein Papa geht ein Urbid, also nochmal, ja Mein Papa ist weg, wir gehen auch da sind wir nur so Oder? Normal eigentlich schon Hat ich jetzt schon geschätzt Alter Wo der, der Insurgent Stänger, da kann man ja Da kann man von der Plattform auch sie scheißen Die haben sogar schlecht platziert, sag ich einmal Gibt's doch gar nicht Gibt's doch gar nicht Oh Gott, das war ja mal möglich eh Oh, sorry Wie sind denn da schon gestorben? Da haben wir so zwei, drei drum Was? Oh, ich hätte es fast für mich genommen Sorry, 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 sorry Also wenn der Ohr noch zwei drum, soll das zu Wir blocken uns da irgendwie gegenseitig im Moment Ohhhh Bist du Droma? Sauber Ich bin ja da weg Nein, jetzt haben sie runter geschossen und ich bin zu runter gefahren Da wird man richtig nervös, geil Ja! Ich muss mal schnell Wechsel machen Oh guys Oina ist glaube ich Oma Ah Teammate ist Oma Sehr schön Der ist aber jetzt leider explodiert, oder? Nein Ich hab den fast nur gekriegt Oina ist Oma Selbstmord Sehr schön Das wäre verdammt schwer oben zum Überleben, ey ja wenn es den richtigen wenn es du fahrer bist es ist eigentlich bloß in third person in first person und schauer auf dem tempomat oder wenn du da mal als tempos ich komme jetzt aber ungefähr so als die gleiche anlaufstelle dann immer vollgas aber jetzt immer gemerkt habe ich mir auch mal überlegt ob das funktioniert warum hat das funktioniert weil sie auch geschossen haben oder nein ich entweder habe ich einen punkt vergessen wurde er vor oder keine ahnung so konzentration oder ausgeschehen roten sakko auch schon oder ja war die ja okay oder dazu zufall weil ich heute so rot das karet das herrn fast loppa achtung ja wir heute gefahren ja der 2 mit nummer diesmal aber nix echtes machen hat keine ich habe auf oren fokussiert die war und ich bin da das war so gut macht es hat bloß nur zwei von strome alter schwede ist an das gute forder aber bloß ja auch sauber troffen sehr schön aber wenn da wenn sie den schwung herassen haben wenn sie wollen wenn du da hast du keine chance ja auch fast wieder ein problem oder sollte er oberkörper frei das super seite zahle bis zu besetzen hat da was ist der dragon wo ist es doch der serie ja das ist ja schon zwei schüsse eingesteckt drei und lebt immer noch und wir haben verloren es ist ja wahnsinn die halten zu viel aus den surgeons okay ob ich probiere sitze mal mit ja aber für spieler ist eher und weniger oder das konnte jetzt immer so aber dann kannst du dir da kippen jetzt so ausweichen kann ja das ist nahes ablehnt jetzt ist es nahe jetzt ist es nahe jetzt ist es nahe jetzt ist es gut da ja jetzt spaziv mit völker um vor das klar bach bach double kill 3 4 raketen auf mich lol hallo blockt er selbst macht ja langsam ich habe zwei mit nummer ich bin zwar drüber geslidert aber ich habe zwei mit nummer eigentlich noch keine einzige taket ihr gekriegt ich grutsche drum wechselseh war das ohne ja weil wirklich von total drunter eingesetzt und ja jetzt so wärmer von total ohne geregt oder ist ohne aß brennt der ist kaputt es war ja egal wenn wenn zwei unterschiedlichen seiten kommen und sich in der mitte dann zusammen prallen und dort und die voll gleichzeitig genau und beide landen dann auf der plattform das probieren wir mal aus das probieren wir mal aus volle bulle von hinten einfach abgeschieren was geht das stimmt ja dann müssen wir ungefähr gleichzeitig ja freilich ist es da und dann am besten mit mit dem motor vorne nach unten neigen damit wir wirklich die mal größte fläche haben aber das war so entgegen wir probieren wir sechs mal aus aber ich habe dann immer der zau kommen oder ich habe noch mal snipern also raketenwerfen was wer ich habe auch so wie der unterfall aber die raketenwerfer sind da echt blöd platziert finde ich da bei der männer da musst du ja fast unterspringen dass wirklich feiner bohr und schuldig aufpassen schade sehr schön direkt selbstmord willst du mich verarschen ich habe geplant alles geplant aufgefrischt wir haben wir sehen gut er wird jetzt ohne verhinten Koma achtung ok alter kurz jetzt kommen sie ja haben sie keinen richtigen schwung oder so eine herum ist auch sehr schön ja ich satz 2 das ist nur gott ach das war es keine chance der europa und überlegt aber nicht davor reden aber der super seite schon hätte das auto jetzt das weg sprenger mein neige weiter weg gewerter schwede wenn der oma da wenn du mal auto steht dann kinder da aber der checkt ist schon mit dem selbstmacht ja was muss immer ausweichen da ja da hat er keine chance hat es nur unter jetzt ja ja klar voll ab und er hat doch jeder aber schon mal nicht einer von mehr wir waren blau auf 7 go über fünf jahre noch bezahlt bisher haben immer die vordergrund was also wenn du mal vor so er wo bist du bist du bei mir oder ich bin jetzt einfach mal einmal oder am waterfuck weil ich vom waterfuck wo steht das waterfuck okay dann bist du anders ja du bist du anders was auch du fährst von dir linke spur ich vor von dir von mir rechte spur von mir links ja okay wo bist du ich bin jetzt gleich ich bin jetzt auch gott mehr oder weg drängt mich hat oder der wischte ich mache mir schnell wechseln wieder okay das ist das wird eh nichts da ist es hat ist so hinzukriegen das ist unmöglich selbstmacht selbstmacht da war jemand oma oder weh da hat es immer noch um jetzt bin ich einmal oma heute hat es das wort ist gerade oben er ist ich bin da das ist doch der wahnsinn und ich bin gerade oben sehr schön ein ne ist da ist komm scheiß auf mich komm scheiß er hat mir auf mich geschossen und der hat es überlebt einmal erwischt so zusammengefahren das war nicht schlecht kann doch der Affi krageln aufs auto ja er bringt er halt nicht viel weil der vor zwei schriften und du flex fahr wieder unten und oder er fahrt einfach unten ja oder so er nehmt ihr halt dann einfach mit mh da hast du keine chance aber da warst du glaube ich auch mit dabei oder weil dann zwei irgendwer unten gekommen sind und sich dann auf auf irgendeine ins ja weil sie dann angehuckt haben ja ja und die dann zu erwischen ich glaube den haben wir dann nicht mehr geschafft geil kann man die auch erzählen wenn du sie hingehen und auf F-druck oh Gott ey ja freilich oder wir müssen halt mal ausprobieren wieso kann so Zeit das denn jetzt auch erzählen können du hast halt wahrscheinlich die Gefahr dass du halt überfahren wirst aber den hast du sowieso ja genau was dann nennt der Oli ah der kommt schon ein Affe ok fliegt wieder unten jetzt fliegt wieder unten ja genau schade schade Schokolade LOPPALA er ist erwischt nice ohje er war ja mal voll schnell da der war ein bisschen zu langsam also selbst könnte es nicht äh team könnte es nicht ein oder ich glaube nicht na ALTER den habe ich weggefetzt ALTER ich hätte so wie der fast selbst machte weil die über mich drüber gesprungen ist und wieder jemanden anders oh scheißen YES NICHT NICHT da ist du locker da ist doch noch einer da ist doch noch einer her da da ist doch da irgendwas was hat der ah ich hab keine Munition mehr oh der kommt der kommt der oh mein gott dammit okay ich glaube vier rote nur alter ausgewichen aufs letzte mühe jetzt erwischt und nur mal oh gott achtung 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 nächstes achtung ich steige jetzt ein ich steige ein nein ich muss einsteigen okay ist da ist da oh ich war fast nicht gerett versuchts den unter zu schreißen du schreifst den nicht unter oder? ne doch oh ne doch dann muss runter so wie los immer ganz schlecht in der Hand ja ich halt gerott das ist ja der Wahnsinn den kriegst du ja nicht unter ne oh ne oh sehr schön wo hinten der schwarzer na hama schon hama down instant der hat der wollte mich eigentlich und hat aber dich gewischt lebst du noch ja schau das sehr schön nice oh das kannst du mal schaffen hey eine Minute 50 oh nice der ist da oder? ja i am russland haha okay aber das schau das hey das kann unser sieg sah nice nice hab ich sie gekillt? ja ja ohne nur ein einziger nur ne den schafft sie auch nur da haben wir gerade gute schützen würde ich sagen ja der ist super seitschen der ist auch ganz schön gut drauf eh der ist eigentlich immer mit am schluss mit dabei der ist eigentlich immer mit am schluss mit dabei der ist eigentlich immer mit am schluss mit dabei unter uns kann man da weiter holl granate oder so eine schlechte aber eine minute hey das wird jetzt schwierig ich einfach nur aushaaren richtig treffer da ne ne der kommt nicht rauf da braucht es keine Angst vor ihm nice one man Beide scheißen ist da he Es ist auch Leute, sie kommt Oh, sie sind jetzt Oh oh Wieso hat der jetzt das hab's voll gemacht? LOL Andi, sieben Sekunden noch Boah, nix machen, nix machen Juhu Zauber Für die 20.000 Aber für die Zeit geöffnet ist nix Jetzt hätte ich schon gedacht, der hat das Zeichen auf der Brust, hey Echt? Der hab ich nicht gesehen? Nein, nein, das hat so Ich hab jetzt gedacht, ich hab jetzt das gesehen, aber nein, das war was anderes Wie kommt's? Ja Noch mal, können wir das wiederholen? Ähm, wenn wir gleich kommen, ja Also gleich wiederholen sie immer, oder? Richtig Oh, das geht's Nein Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja Was ist das? Was ist das?